und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lootvideo von world of warcraft heute haben wir nur einen charakter und das ist ne fatari damit haben wir auch nicht so viel gemacht weil ich bin eher auf item sammlung gegangen weil ich noch neue schmuckstücke brauchte eins habe ich jetzt und ja jetzt fehlt nur noch ein schmuckstück und die heizkette um das um den perfiden plan des besten äquipten schurkens ausfindig zu machen ausfindig zu machen erfolgreich zu bestehen so jetzt gucken wir mal was drin ist durch den schlachtspurser haben wir natürlich hier heroisch tempo meisterschaft heroisch beweglichkeit anlegen eure schadensfähigkeiten haben eine hohe chance in den duft köstlicher sehen energie auswachen bis 100 mal staupel war beim maximalen stoppen bricht ein schwamm verschlinger hervor die euren ziel die euer ziel beißen und ihm so blablabla schaden hinzufügen dieser effekt weg durch die sich euren ziel bewegt erzeugte bundestapel ok gut die brust haben wir eh handschuhe haben wir legendary tempo meisterschaft braucht man nicht aber ich glaube ich sowieso im moment an sogar besser und noch mal handschuhe also erstmal alles schrott nämlich das schmuckstück mit um da wenigstens noch mal ein bisschen item level zu bekommen was haben wir diese woche als weekly social champion also können wir die weekly getrost sein lassen genau und damit hängen wir jetzt auf 289 ja dann würde ich sagen diese woche sind wieder ein paar nette affixen mit drauf haben wir denn unser steinchen verstärkt platzend stürmisch und verhüllt sollten wir auf jeden fall hinkriegen da würde ich sagen bis zum nächsten video oder zu den nächsten instanzen ciao